das ist schön ja und jetzt einfach dort drüben die schwerkraft nahm dann komme ich ja da nicht drauf oder mit der kiste doch da kann ich die schwerkraft ändern in dem feld was erleuchtet aber heute ist ja nichts so das klappt nicht oder jetzt jetzt war doch nicht so wie ich mir gedacht habe ne ok ja da kriegst du nach oben wie war das? das war eingeschalten genau das war eingeschalten alles das ist nämlich nicht ob sich das ausgehen soll oder nicht oder wie oder was aber ich glaube nicht so ok muss ich so machen das wird's doof weil die kiste brauche ich naja dann weiß ich jetzt mal das dass dort noch eine kiste ist genau da brauche ich ja zwei kisten damit ich das schaffen kann auch dort werde ich mit einer kiste auch nicht weit kommen die kiste pflückt auch nicht da drauf sondern nach unten so stehe vor dem nächsten problem super sollte das nicht so schwer sein oder ja das kann ich jetzt doch hier ganz machen weil sonst sterbe ich ja ja das ist doch nicht danke heute kiste liegt bestimmt nicht da oben näher da unten ach na schön subs landscape da na 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 n na 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 Oh, das war doof! Ach, verdammt! So, jetzt bin ich mal wieder da. Da muss ich hier hin? Muss ich da überhaupt hin? Hm. Oh Mann, das nervt. Ähm. Ich hab wirklich keine Ahnung, was zu tun ist. Aber ich denk schon, dass ich dorthin muss. Irgendwie. Weil, da kann man nicht raufklettern. Was bringt denn mir das denn, was sonst? Durch kann ich nicht einfach, Mann. Das klappt auch nicht, wie ich mir das vorstelle. Na? Kann das funktionieren? Bitte. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie das weitergeht. Okay, dort geht's mal nicht weiter, da brauche ich zwei Kisten. Da komm ich rauf und kann die Schwerkraft ein-ausschalten. Da komm ich nicht nach oben. Also, ich kann jetzt nicht da auf der Decke sein, weil sich das nicht ausgeht. So. Das geht sicher alles nicht raus, oder? Oh, jetzt weiß ich aber fast der Ausgang. Also doch. Ah, verdammt. Okay, fast hab ich's. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob das so gedacht ist. Das geht sicher nur mit sehr viel Glück aus. Und was ist im Gericht zu... Ah, okay. Ja. Versteh schon. Ist ja Schwerkraft wieder an. Komm mit. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin von der Kiste erschlagen worden. Blöd. So. Also nochmal. Na gut, so geht's auch. So. Also. Da hin, damit's dann runterrutschen kann. So. Kiste hol ich mal lieber so. Dass es keine Komplikation mehr gibt. Sollte ich auch nicht. So, kommen wir mal da her. So. Ist das so gedacht? Ich glaube aber schon, weil... Ja. Egal, ob's so gedacht ist oder nicht. Ich hab's auf jeden Fall geschafft. Rüssel gelöst, so. So. Erste Kiste bring ich mal in Sicherheit. So. Dann muss ich mir einfach nur noch sie zweite holen. Aber warum gab's da eine Leiter? Hm. Naja. Geschafft ist geschafft. So. Jetzt muss ich dann nur noch richtig reagieren. So. 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 Jetzt muss ich nur, wenn das... so darauf und darauf na ja alles klappt doch wenn man es will so gut da geht es weiter dachte schon ich komme nie wird das da brummt irgendwas da ist ein magnet ok ein magnet da ist ein schwerkraft umdreh fällt es bleibt aber für immer so ja das bleibt jetzt immer so ok die bleibt oben wenn die schwerkraft wieder an ist fliegt das runter also es ist das obere ok ok das obere magnetisch ja das muss nach unten und das muss aber oben bleiben das kommt später am boden an und friert ok 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 so eine kiste werde ich nicht mehr brauchen reden was von da hinten denn da geht es nicht mehr nach oben na ok man muss es auch so gehen ja so schätze jetzt mal magneten anlassen so müssen das andere wieder nach unten geflogen sein und aus oben bleiben und rätsel gelöst klappt doch ganz gut jetzt wieder nach dem vorigen so alles klar geht noch nichts ist klar denn ich kann hier die schwerkraft ändern und dann kommt so eine bahn mit einem seil seilbahn naja das bringt mir mal offen gesagt nichts wenn ich das mache holt das wieder rum ok verstehe schon bevor es ganz beim jahren kommen ist muss ich es die schwerkraft wieder umschalten das war ein bisschen zu früh da kommen wir da das war noch immer zu früh da sehe ich es wenigstens was ist na aus in